Hallo zusammen, ihr habt mich ja vorhin bei dem Livestream gesehen in Detmold. Jetzt bin ich hier bei der Party sozusagen und zeige euch einfach mal das Geschehen, um euch auch mal über meinen Kanal ein bisschen auf dem Laufen zu halten. Den Livestream werde ich aber auch nochmal bekommen, sodass ich den dann auch auf meinem Kanal einstellen kann. Genau, sodass ihr einfach mal seht, wie viele auch hier noch sind. Und man auch schön zusammen jetzt einfach feiert noch ein bisschen. Ich glaube, ihr könnt es so ganz gut sehen. Ich hoffe, ich spreche auch jetzt nicht zu leise, weil ich hebe das Handy mal ein bisschen höher, damit ihr das auch seht. Tim ist noch nicht da, der wird aber jetzt auf demnächst kommen. Dann will ich auch mal gucken, dass ich da noch ein Interview mit ihm bekomme. Genau. Ja, also es sind wirklich einige da. Genau, und drin geht es auch, wie man euch das mal so zeigen kann. So einmal, wie seht ihr es, ist auch hier drin, geht es auch weiter. Genau, so habt ihr jetzt mal einen kleinen Eindruck, wie hier alles noch vonstatten geht. Und dass wir hier alle noch fröhlich zusammen sind. Und auch ich mit Waldführer-T-Shirt. Natürlich auch Tim in der Hinsicht unterstützen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.